Hallo zusammen, welcome back. Ich bin ich, heute nicht mehr sein. Heute gibt es eine vorgeschnittene Stunde. Und so sieht Kory aus. Viel Spass! Sehr gut. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich muss etwas anderes. Bevor wir anfangen, müssen wir schnell switchen. Wieder wie immer. Rechts ist rechts für euch. Es ist am einfachsten zu lernen. Ganz wichtig heute bei dieser Choreo ist, dass wir praktisch keine Zahlen haben, sondern mehr auf Lyrics und auf den Rhythmus. Ich probiere mein Bestes. Ich hoffe, ihr kommt raus. Let's go! Wir beginnen mit 5, 6, 7. Das ist nichts. Ihr könnt Posen machen. Unter 8 machen wir. Rechts. Schritt. Tipp. Genau. Noch mal 5, 6, 7 und ein A. Machen wir das so hart wie immer, dass es eine schöne, sexy, mega Checks und quasi Posen ist. 5, 6, 7. Das war gut. Noch mal 5, 6, 7 und ein A. Und hier. Auf 1 machen wir einen kleinen Hit und wir dürfen den Freestylern nach links langsam gehen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schläge lang. Machen was ihr wollt. Wichtig, nicht zu viel. Wir sind hier. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt Lyrics. Hopp. 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 Hand runter. Hand hoch. Stopp. Genau. Noch mal. Noch die Hand noch mal. 1, 2, 3, 4, 5. In. To. The. Aber. Hoch. Und jetzt anstatt direkt mit der Hand machen wir so einen kleinen Hoppla. Hopp. Gegen Führer. Perfekt. Jetzt gehen wir mit den Ballen. Du machst etwas mehr Sinn. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. In. To. The. Ich mache noch. Stimmt das? Boom. In. To. Jawohl. Ich mache. Hebe. Backslap. Ab. Hoch. Von hier komme ich mit dem rechten Bein aus und mache so ein kleines Hoppla. Stopp. Ganz simpel. Noch mal. 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5. In. To. The. Moment. Like. I'm. Standing. At. The. 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 Okay. Von hier. Jetzt stehen wir hoch und lassen uns alle abgehen. Es ist das. Und von hier sagen wir am Schluss noch. I know. Wenn I know machen wir. I know. Und jetzt schauen wir an. Das sind wir quasi hier. Kurs vor dem A bekehren. Und wir schauen ab. Genau. Noch mal. 7, 8 und 1. 1, 2, 3, 4, 5. Into the moment. Like I'm standing at the edge. Von hier. I know. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. In. To. The. Moment. Like I'm standing at the edge. Perfekt. 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 Weiter. Wir kommen ab. I know. Und von hier machen wir. No one's gone. No one's gone. Okay. Mit den Händen. Rechts. Und ab. Das ist ein kleiner Ninja Paratenschlag. Okay. Wir machen einen Kreis mit den Händen. Und gehen mit der rechten Fuß an die Hüfte. Okay. No one's gone. 7, 8. No one's gone. Während ich das mache, mache meine Beine. No one's gone. Einfach rechts, links, rechts. Wir kommen ab. Von hier links, rechts. Links, rechts. Zum backpushen. 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 Pullen. Und stabbeln. Noch mal. 7, 8. I know. Jetzt mit der Händen zusammen. No one's gone. Turned me around. Also halt so. Turned me around. Around. Und hier. Luft auch halten. Egal wo du siehst, einfach nicht bewegen. Dann geht's weiter. No one. Yeah. At the edge. I know. Und. No one's gone. Turned me around. Just one. Okay. Das heißt, mein Körper ist gerade. Jetzt gehen wir von dort nach rechts. Just. Link in Faust. Rechtses Fingerchen. Just one. Klick nach rechts. Jetzt mache ich einen kleinen Turn mit dem rechten Bein. Turn. Top. Lauf mich fallen. Drop. Und jetzt von hier. Halleluja. Hey. Aufmachen, 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 aufmachen. Ganz gemütlich. No one. Standing at the edge. I know. No one's gonna turn me around. Und. Ha ha ha. Just once. Step. 1. Run. Go. Genau. Wenn ihr das macht, so gut sie mir, dass ihr es so schön gemacht habt. Ich beginne. Und jetzt mache ich einen kleinen Release. Das wir nicht wie so aggressiver sind. Sondern wenn ihr jetzt einfach so hoch und knieset den Moment. Okay. Von Anfang an. Von Anfang an. Schön easy peasy. 5. 6. 7. Und dann 8. 1. 2. 3. 4. 5. Into the moment. Like. 1. Standing at the edge. I know. 5. 6. 7 ist nichts. No one's gonna turn me around. Ha 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 ha. Just one step. I will let go. Die letzte Teil ist. Just one step. I will let go. Wenn ihr noch wollt, dann könnt ihr auch aufspringen. Egal. Kommt immer durch eure Branche an. Wenn ich das so mache, bin ich bloß beim Simi. Wenn ich aufspringe, bin ich im Zentrum. Und dann habe ich das Problem. Okay. Ein bisschen schneller. 5. 6. Harte Masse. 7. Und dann 8. 1. 2. 3. 4. 5. Into the moment. Like. I'm standing at the edge. I know. 5. 6. 7. 6. 7. 8. 2. 2. 6. 9. 10. 11. 11. 10. 10. So, wie ihr gesehen habt, das Lied ist sehr schnell, also die Bewegung ist sehr schnell, das Lied ist sehr langsam, darum machen wir es jetzt einfach nochmal und gehen nochmal, damit wir das Tempo sehen, wie das Lied ist. Okay? Wir starten das zusammen. Let's go! Also fünf, sechs, sieben und ab. Harte, es tut uns chillen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Into the moment, like I'm standing at the edge, I know what this sucks. Sieben, no one's gonna turn me round. Just one step, I will let go. Wunderbar, das war das normale Tempo und jetzt probieren wir es auch nicht schnell im Tempo. Dure zieh, dure zieh, dure zieh. Let's go! Fünf, sechs, sieben und ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Into the moment, like I'm standing at the edge, I know what this sucks. Sieben, no one's gonna turn me down. Just one step, I will let go. Yes, ganz genau. Okay? Also, wir sind doch cool. Just one step, I will let go. So, fünf, sechs, sieben. Haben wir die Pause? Also, wir haben hier oben, gehen wir gemütlich runter. Fünf, sechs, sieben. Linker Berg mit uns hinterher, dann sagen wir nein. Acht. Okay? Schön, super und hart. Fünf, sechs, sieben und acht. Das sagt man hier und in der Mitte. Okay, in der Mitte. Wenn wir das machen, machen wir den rechten Schultern hoch. Dann gehen wir rechts zusammen und gehen links hoch. Zu Kassel. Was willst du denn? Okay, nochmals. Sieben, acht. Erinnere mich nochmals. Langsamer. Sieben, acht. Jetzt von hier gehen wir hoch, schreien. Schnell noch, ein bisschen. Fünf, sechs, sieben, acht. Erinnere mich nochmals. Kopf irgendwie gegen links machen. Okay? Mit Fürennüggen. Und jetzt von hier, seit sie. Sitzt etwas dringend. Okay? So machen wir. Nüggen nach rechts. Das lüschte dir deine. Okay? Von hier. So. I hear. Mit linker Hand auf Brust, Kopf, Zähne, tippen. I hear. Okay? Der Kopf wieder. I hear. Und da sagt sie, the voices. Wir machen. The voices. Und letztlich, das ist and. And. Ganz genau. Fünf, sechs, sieben, acht. And in the middle. I hear the voices. And then. Ganz genau. Zwischenabend bis zum nächsten Tempo. Fünf, sechs, sieben, acht. Nein, fünf. Fünf, sechs, sieben, acht. And in the middle. I hear the voices. And then. Sobald wir hierher sind, ist komplett egal, welcher der hart ist. Egal. Freestyle. Okay? Egal. Freestyle. Okay? Bitte da. Von hier, Kopf hoch. I hear the voices. And then. Von hier, wenn wir nach vorne gehen. So einen kleinen, äh, äh, Latina Schritt. Also ein bisschen. Aieieiei. Weitere von vorne gehen. Rechts. Links. Body roll. Sechs in den Händen. Also es zählt gleich. Okay? Ich mach jetzt klein. Sechs, sieben, acht. Weitere von vorne gehen. Zurück. Jawoll. Stopp. Fertig. Sechs in den Händen. Und hier sind wir angekommen. And today. Calling. Auf dem Telefon. Wecking wechsle, über vorne gehen. Und count. So, Tani hat mir nur eine Body Roll. Body Roll von oben nach unten. Body Roll. I. Dann kann sie Tani in die Stöder. Und von der Seite hat sie I. No. Und ich hau meinen Kopf weg und dann gehe ich nach rechts. No. Yes. Perfekt. Nochmal. Wir sind da gekommen. 5, 6, 7, 8. Und noch mehr. I hear the voices and they. Calling for me now, I don't know. Genau. Das ist Calling for me now, I don't know. Genau. Perfekt. Ruhig schneller. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch mehr. I hear the voices and they. Calling for me now, I don't know. Hey yo. Let's go. From the top. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Into the moment like I'm standing at the edge. I know. 5, 6, 7. No one's gonna turn me down. Just one step. I will let go. 5, 6, 7, 8. And in the middle. I hear the voices and they're calling for me now, I don't know. Wir haben fast die Original-Kampagne bekommen. Okidoki. Haben wir Fragen? Ja? Einfach zugspüllen. Für den Handbuss. Ok? Perfekt. Was meinst du? Hintermusik nochmal. Hit. Hintermusik. Musik. Machen wir aber Musik. Achtung. Es ist die Original. Komm mal aus der Eierschein mit Tempo. Komm mal aus der Eierschein mit Tempo. 5, 6, 7. Und dann hopp. 1, 2, 3, 4, 5. Into the moment like I'm standing at the edge. I know. 5, 6, 7. No one's gonna turn me round, huh? Just one step. I will let. Boom. 5, 6, hopp. Ha. And it'll get. Ha. I hear the voices and they're calling for me now. I know. Yes, yes, yes. And here we go. And here we go. Hand to the right and left. Okay? Ha. Here. And they're calling for me now. I know. Oh shit. Let's go. 5, 6, 7. Ah. I feel. Into the moment like I'm standing at the edge. I know. It wasn't to turn me around. Just one step. I could let go. Stop. 6, 7. I know. I feel the voices and they're calling for me now. I know. Got it? Let's go. Also, we have done this. We have done a little. We have not done a lot. We have not done a lot. Okay? We have come here. 1, no. We have come here. 1, no. 1, no. 1, no. 1, no. 1, no. We have come here. We have come here. 5, 6, 7. Never gonna wake me. Von here. We have come here. Hop. Heels going to the front. We have come here. 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 No more. 7, 4. No. Wake. Me. Ah. 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 Genau. Also, in so einem Domino-Effekt. Ich mache einen Schritt. Sobald ich mit dem rechten Fuß vorne nachkomme, habe meine Schultern. Du. Sobald meine Schultern fertig sind. Du. Geh mich ab. Perfekt. Easy. Mit den Beinen und mit den Händen zusammen. Äh. I know. Nobody wake me. Ah. Ah. Also, pass. Stop bitte nicht. Mit. Curse. Das Wort Katz. Curse. Aber. Hoch. Zusammen. Rechts. Links. Der hat es vorgeschaut. Ja. Noch mal. I know. Nobody. Ra. Ra. Twist. Schulter. Aber. Warte. 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 Curse. Einmal. Slay. In. To. Zu. Rechts raus. Links raus. Jetzt mit mir recht oben machen wir eine andere Schultern. Push. Gehen wir recht oben wieder hinten. Hopp. Und machen wir den links. So einfach. So einfach. Okay. noch mal. Fünf. Sechs. Sieben. I know. Fünf. Sechs. Sieben. Nobody wake me up. Cause I'm a slave into the path. Ta. Fünf. Sechs. Sieben. Hopp. Slave. Ha. Ha. Seben. Und acht. Push. Rechts. Stopp. Das ist ja quasi der Anhaltspunkt wieder. Fette Snare hat man jetzt. Seben. Pssst. So halte ich mich eigentlich noch ein Stück. Also. Wir machen mal ein wenig weiter vorne. Von wo machen wir? Hauen wir mal von hier. Von ganz von hier. Seben. Acht. Nobody. Nobody. Turn. Me. Now. On. Just one step. I will let go. Fünf. Sechs. Sieben. Off. And in the middle. Ta. I hear the voices. They be calling for me. Now. I know. Noいたい. Sechs. Sieben. Nobody. Weigh me down. Cause. Slave. Ta. Ha. Ha. Fünf. Sechs. Sieben. One. Bam. Und Schluss. Okie dokie. Bitzeli schneller. Let's go. From the top. Fünf. Sechs. Sechs. Und acht. Eins. Zwei. Fünf. Sechs. Sechs. Und acht. Eins. Zwei. Dreh. Vier. Fünf. Sechs. 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 Stopp. Tempo. Schwierig. Okay. Drableiben. 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 Okay. Machen wir noch den allerletzten Schlag. Es wird viel schwer. Machen wir es ja fertig. Wir sind hier. Sieben. Acht. Eins. Einmal vorne. Eins. Kleiner Drop. Jetzt lassen wir es nochmal droppen. Ab. Zusammen. Rechts. Und. Ab. Und rechts. Jetzt tippen wir den Boden. Ab. Und. Tippen. Und. Dann haben wir es geschafft. Versprochen. Yes. Sechs. Sechs. Eins. Zwei. Und. Drei. Und. Vier. Das sind Zahlen. Mit den Händen. Sechs. Acht. Eins. Halt runter. Zwei. Und. Drei. Und. Vier. Also mit dem Ellenbogen drücken. Und hart bleiben. Und dann haben wir es geschafft. Okay. Machen wir es hier. I know. Sechs. Acht. I know. No one gonna wake me up. Cause I'm a slave to a head of heaven. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Eins. Zwei. Und. Drei. Und. Vier. Mit verschrecken. Die Musik ändert sich. Vollgas. Okay. Was meinstch? From the top. Und dann Musik. Let's go. Fünf. Sechs. Sieben. Und. Acht. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. In the moment. Like I'm standing at the edge. I know fünf. Sachs. Sieben. No one gonna turn me down. Just one step. I will let. Go. Fünf. Sachs. See. Back. Oh. And in a bit of aah. Ich höre die Voices, die sind auf mich gegründet. Nun, ich bin einer 5-Jer auswählen. Nein, ich bin einer 5-Jer auswählen. Ich bin einer 6-Jer auswählen. Ich bin einer 6-Jer auswählen. 3-Jer auswählen. 1, 2, 4, 4. Oh, das ist ja so! Musik! 11, 13, 14, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30. Perfekt. Ich hoffe es hat euch Spass gemacht. Mir hat es sehr Spass gemacht. Danke für die Sini. Weil es etwas anderes war. Schaut, dass die Levels herrschaften, die einfach super sind. Posten uns auf Insta, Facebook, egal was ihr wollt. Und die, die noch ein Feedback-Pokot von uns, schreibt mir einfach noch an. Dann kann ich euch noch ein schönes Feedback geben von Levels und allen. Wunderbar. Hier haben wir noch neue Sachen. Und hier natürlich auch. Ihr könnt alles mal anklicken. Und bis dahin, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.